Hallo und herzlich willkommen zu Risk of Rain. Es gab leider während der Aufnahme ein kleines Problem, wobei der Start so ein bisschen nicht ertragbar ist. Es gab so ein schwarzes Geflacke und das ist einfach nicht zugutbar gewesen. Deswegen schmeiße ich euch direkt ins Spielgeschehen rein. Ich hoffe ihr habt Spaß beim Zusehen und gleich geht es weiter mit den Originalkommentaren. Viel Spaß! Ich stotter einfach mal rein. Wir können jetzt hier auswählen. Ich habe natürlich nur den Kommando freigeschalten. Es gibt drei verschiedene Schwierigkeiten gerade. Man kann hier noch Artefakte reinschalten. Was die bedeuten, ich habe keinen klassischen Schimmer. Ich lese es einfach mal vor. Beziehungsweise ich versuche das mal zu übersetzen. Der Kommando ist dafür charakterisiert auf lange Strecken und Mobilität. Seine effektiven Nutzen bestehen darin, eine taktische Rolle zu vollführen, mit der er stärker überlebt. Er kann ein Unterdrückungsfeuer verwenden, um damit großen Schaden auszuteilen und ein Full Metal Jacket, wie das so schön hier beschrieben ist. Das ist ein Schuss, der einfach mal den Feinden 230% Schaden hinzufügt und sie zurückschleudert. Das ist jetzt ziemlich geil. Und ich kann jetzt nicht viel weiter dazu... Ich will auch nicht viel weiter dazu sagen. Man sieht hier, es ist ohne Maus spielbar, wie auch... Es sollte jetzt auch anders sein. Man kann sich bewegen, man kann springen, man kann seine Fähigkeiten benutzen, die allerdings schon wieder umgestellt sind. Oder? Ne, doch nicht. Ne, es ist alles gut. Ähm, das hier ist der normale Angriff. Man kann gedrückt halten und halt einfach so ein bisschen alle abzuprallern. Ähm, ups. Oh nein, die ist sehr großartig. Man kann sich nicht... Man kann nicht trennen, aber dafür haben wir diesen... Ja, ich bringe mich in Sicherheits, äh, Rolle. Das ist der Full Metal Jacket, wenn ich nicht... ...falsch liege, genau. Und dann haben wir noch unser Unterdrückungsfeuer. So, da bin ich auf die Maus geraten. Und der Mauszeiger geht weg. Ich schiebe ihn mal einfach aus dem Bild. Das sieht dann so aus. Sehr hilfreich auf jeden Fall. Ähm, ja, unser Ziel. Was ist denn das Ziel? Hier... Autsch. Wir müssen überleben. Hat oberste Priorität. Dabei, ähm, verschiedene Coins sammeln, um an Kohle zu kommen. Ach, ich verwechsel immer die Tasten. Das ist so... Nein, so schlecht eigentlich. Und, ähm, wir müssten einen Teleporter finden, der uns in die nächste Ebene bringt. Wir steigen natürlich immer im Level auf, was uns etwas mehr Leben bringt und andere schöne Fähigkeiten. Äh. Und die Gegner nehmen natürlich mit, also nicht mit steigendem Level, aber mit steigender Zeit, die wir hier in dem Level bringen zu. Das heißt, je länger wir uns hier aufhalten, desto stärker werden die Gegner, desto stärker... ...müssen wir... ...müssen wir... ...hier unsere Fähigkeiten einsetzen... ...um zu überleben. Um zu den Teleporter zu kommen. Und um in die nächste Stufe zu kommen. Wir können hier Fähigkeiten kaufen. Ein Dynamite... ...Dynamite-Perk... ...Hitting Anomist... ...Dynamite... ...Denonate... ...habe ich natürlich Chlorai schon eingesetzt. Ich weiß auch nicht warum. Kommt da nicht rum. ...und die hier oben. Ungünstig. Kann mich einfach mal abschließen, ist das auch ungünstig. Aber wir können hier natürlich schön von hier oben erstmal... ...das Lugen so ein bisschen wegzukicken. Ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel beim Zugucken äh... Spaß bringt. Hätte ich echt nur gefragt. Also mir bringt das echt viel Spaß. Ich war echt geflascht, als ich das Spiel gefunden habe. Das hat mich echt angefixt. Einfach dieses, diese Challenge so lange zu überleben, wie es nur geht. Und dabei einfach... ...geile Moves vollführen. Ähm, ein bisschen... Oh. Achso, ja. So geht das. Alles klar. Ich habe ja rausgefunden, wie man die... ...Granate benutzt. Aua. So, wir haben da hinten einfach mal so ein paar Leute gebetet. Das ist auch gut. Ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben. Ach, wir können in beide Richtungen schießen anscheinend. Sehr praktisch. Ich hole mir aber jetzt erstmal... ...ähm, die Gäste hier. Da haben wir ein Frost Relikt. Killing Enemies surrounds you with Isacus. Also mit... Keiner Ahnung, was es bedeutet. Mein Englisch ist grottig. Wollte ich nur mal so anmerken, falls ich es nicht schon herausgefunden habe. Das tat weh, du Arsch. Ähm... Au. Achso. So. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss, um ehrlich zu sein. Hier ist mal eine Kiste, die krabbschen wir uns auch nochmal. Oh, das Messer will ich haben. Chance to blend one hit. Ah. Anscheinend... Aua. Haben wir zusätzlichen Schaden durch diese Teile. Und natürlich... Diese geilen... ...unglaublich praktischen... ...Dynamitstangen, die einfach mal hier in der Gegend rumliegen. Aua. Ein kleines, kackiges Arschlochteil. Wir sind jetzt schon Stufe 6. Hier sind auch übrigens Kanister. Die kann man öffnen und... ...kriegt dann halt verschiedene Dinge. Leben, Coins, äh... ...Erfahrungspunkte. All solche Dinge. Und wie man sieht, die Gegner werden bei der Zeit halt auch etwas robuster in ihrem Auftreten. Bringt natürlich aber mehr auch. Und... ...ich hab immer noch keine Ahnung, wo der Teleporter ist, um ehrlich zu sagen. Ich suchte ihn schon die ganze Zeit. Aber hier geht's nicht weiter für uns. Dieses Dynamit ist echt praktisch. Kann ich nur wiederholen. Es ist so praktisch. Schade. Also wir haben einen Cooldown. Deswegen geht er nicht gerade. Aber... Es ist einfach nur toll. Aber so ein bisschen wildes Rumgeballer... ...dieses... ...dieses... ...dieses Scham... ...so lange wie möglich zu überleben. Ich kann mich nur wiederholen. Äh... ...kann's auch... ...jeden ans Herz legen. Ich glaube, es ist auch nicht so teuer, das Spiel. Ich glaube, ich hab's selber für einen Euro 30 oder so gekauft. Echt wirklich scheiße billig. Und... ...ich mein ja nur... ...man hat alles, was man eigentlich braucht. Also gut, vielleicht außer einer Story, aber... ...man kann sich sowas dazu spinnen. Und dann ist gestrandet auf einem einsamen Planeten... ...die Arschloch. Ups, das war die fette Richtung. Und... ...ähm... ...ja, keine Ahnung... ...muss entkommen, indem man äh... ...Alien... ...technologie... ...kneit ganz schön rein. ...genutzt. Auch damit. Und... ...kann dies nur erreichen... ...dem man... ...kackt trotzdem. Ah, toll. Am besten nicht auf die Schnauze fällt... ...und es sich erstmal... ...hinmault. Auch. Auch. Sehr. 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 Schlecht. Könnte ich einfach mal... ...ein bisschen durchgezuckt. Uh. Muss ich grad nämlich mal konzentrieren. Sonst wird das hier nicht. So ein bisschen Schaden austeilen... ...durch diese Eisblöcke... ...ist auch... ...sehr gut. Und natürlich... ...das Dynamit... ...äußerst praktisch. So, wir sind immer noch dabei... ...auf der verzweifelten Suche. Und wir können natürlich auch ähm... ...Fallschaden übrigens erleiden. Komm hier runter. Ja, das eine Teil natürlich. Wir kommen natürlich da nicht mehr rum. Das ist so schön. Wird auf damit. Nein. Oh. Oh. Ganz schlecht. Wenig Leben. Ganz viele Viecher. Und... ...keinen Plan, wo wir lang sollen. Das bringt uns auch nicht viel. Das Ding könnte doch mal weggehen am besten. Oh, das war natürlich sehr geil. Mal gucken... ...wo wir hier oben so hinkommen. Aber... ...ist natürlich un... ...schön, dass wir... ...so weit weg sind. Ja, ich will auch nicht so viel... ...ääh... ...das Dynamit verwenden. Im Moment. Ich weiß gar nicht mehr hier runter. Ja, hier ist auch nicht der Teleporter. Das ist sehr seltsam. Aber wir haben hier ein... ...Plasma Chain. Ich hab keine Ahnung, was das bringt. Aber auf jeden Fall können wir uns das Ding... ...mischen. Oh. Na toll, das wollte ich jetzt nicht. Auf Distanz halten. Ja. Ja. Das tut mir weh. Leute, das tut mir weh. Ich mag das nicht. Das tut mir weh. Wer darf damit? Stopp. Aufhören. Wir haben einen Erfolgfall geschaltet. Ich hab, glaub ich, 20 von diesen... ...Lemuren oder wie die heißen. Was ist das denn? Ochsenclaws. Ähm... Ich schau was. Das ist Someone that goes from FWN to the screen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wenn wir gleich sehen. Aber rollen. Ähm... Weiß ich nicht. So einfach mal so'n bisschen... Ach, verdammt. Ich dachte wir kann das so'n bisschen auf Sneaky Bastard machen. Aber das bringt anscheinend nicht so viel. Oh. So, ich komme irgendwie nicht weiter näher. Aua. Hört auf damit. Ah, jetzt haben wir den gefunden. Da drüben ist er. Und wir sind tot. Na toll. Ähm, oh, ich habe das, glaube ich, in die falsche Taste gedrückt. Und habe die Aufnahme abgebrochen. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin eh gestorben, von daher... Ach nein, ich habe die Aufnahme nicht abgebrochen. Gut. Alles klar, ich bin tot. Getötet durch ein... Durch eine Qualle. Aber sehr gut durchgehalten. 9 Minuten 50, neuer Rekord. Okay, ist jetzt nicht sonderlich sensationell. Aber wir haben eine Folge gefüllt bekommen. Äh, was will man mehr? 6 Items haben wir gesammelt. 584 Gold mit. Und ein Totes-Score von... 7.695. Nicht schlecht, Herr Specht. Ähm... In diesem Sinne, sage ich ciao an euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde den Blick zum Spiel, äh... in die Beschreibung packen. Ich hoffe darauf, dass ihr... einen Daumen hoch hinterlasst. Oder... Und... je nachdem, wie eure... Stimmung ist, ein... Kommentar. Und... Ja, ich freue mich, wenn ihr... uns das nächste Mal wiedersehen. Bei... Risk of Rain. Vielleicht dann nächstes Mal schon mit einem... äh... Xbox Controller. Aber auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Knight LP. Ciao. Ciao.